Musik So, oder BDs gegen uns, ach du Scheiße Musik Das sind bestimmt die mit dem Poser BD-Tag Treffen F7 Foxtrot 7 Es gibt diesen Triangle Bug immer noch, dass man befreundet, den ich nicht erkennen kann Ich wurde nämlich gerade zerschotten Vom eigenen Teams Vielleicht war es noch Absicht Was hast du mit angesprochen? Er hat sich entschuldigt und ich habe gesagt, ich entschulde mich auch für meinen Report Ach, kann man die da auch Leute, wir sind im Drop Ne, jetzt Weiter noch G6 Sobald unsere Solz den Hügel erklommen haben Hm Immer weiter, weiter, weiter Richtung Gegnerbasis Ich habe oben auf der Caldera, habe ich einen Mac gesehen auf dem Gerüst Ja, da ist ein Blip Den Blip hatte ich nicht, nur was gesehen, er musste unterm ECM-Schutz stehen So Ihr bleibt hier stehen, wo ihr jetzt seid, der Gegner wird da rechts runterkommen Ich will die Basis nerven, ihr tötet das, was da rauskommt Mh-hm Mh Mh B-hm E-hm Zurück Habt ihr überhaupt kein freies Schussfeld, weil ihr hintereinander steht Stellt euch einfach da so schön auf, dass jeder dann noch auf eurer Linie hat Da kann keiner schießen, weil sie alle hintereinander stehen Fenris noch ein Stück vor, bitte Shogun auch noch ein Stück vor Hier auf meine Höhe, links und rechts von mir verteilen Enemie Base is being captured Ja, super, klasse Enemie Base Boah, diese scheiß Tür mit Zercebeln an die Füße, das ist abartig War mit der Beinhard nicht raus, oder? Roten Rücken? Entschuldigung, nein, das war ich Vorsicht Shooter Ich hab versucht nach hinten zu gucken, aber irgendwie... Sauber komisch, scheiß Ja, meine linke Maustaste ist etwas sensibel Okay, die kommen doch nicht, dann rücken wir wirklich Richtung Basis Ach, doch! Target acquired Komm, Crow Wenn er schon einen Schuss kriegt, rück ein bisschen zurück, die glauben du bist ja alleine Komm, Passiv Ja, ich sehe sie, die kommen runter Nee Da stehen mindestens zwei Ja, ja Haben sie aber zurückgezogen Ja, sie laufen nach rechts Nee, stehen da rum Ja, da sind alle Türme ausgeschaltet Hast du alle Türme ausgeschaltet? Binst! Hm Ich hab's noch in einem Atlas-Gang Den du aufgereiht Beim Ausgang Gut, jetzt machen wir alles Ähm Jo Ja, ich b'schiesse die alles Ein schießbar Orion steht noch rechts alleine Links Mit der IES-Mechs Das hier wird zu eng Runter, im Rückwärtsgang runter Richtung H4 die Richtung Runter, 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 schnell ist möglich Richtung G4 Da kommt die nicht rüber Da kommt die nicht rüber Wir müssen außen rum Den G4 Ja, 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 ja Jetzt sind die Richtung einfach weg Jetzt kommen sie ja nicht Rücken Seht ihr hier runter, schaut, dass nicht direkt in der Lava steht Und im Rückwärtsgang Weg von denen Lass sie von mir aus kommen Aber immer im Rückwärtsgang bleiben Jetzt kommen die Okay Jetzt wieder der Vorwärtsgang auf sie zu Vorwärtsgang auf sie zu Atlas erstes Ziel Atlas oben am Hügel Atlas erstes Ziel Atlas 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 Heat Level Critical Heat Level Critical Macht's den Atlas Target Acquired Heat Level Critical Aus Foxtrot, Foxtrot, das ist eine Stormcrow Vielleicht über die MedPad? Foxtrot, Stormcrow, Stormcrow Immer auf die Beine bei die Clans Heat Level Critical Target Acquired Ist abgeschlossen, jetzt die Beine, jetzt die Beine Oh Linkes Bein Linkes Bein Linkes Bein Down Jetzt Hügel stürmen MedCat MedCat nächstes Ziel Hügel stürmen Hügel stürmen Down Orion Orion Down Abgeschaltet 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 Sehr gut J Warhawk Wer beschädigt ist geht aus der Ziellinie Äh Schusslinie Ich will keine Verluste jetzt Gut, dann muss ich weg Ebenso Macht's den Warhawk Uff Sehr gut Sehr schön Sehr gut Ok, ich wechsle gleich mit die Banshee Für solche Frontalangriffe ist sie nicht gedacht Hehehe Ich hab auch ganz schön an ihn steckt Nö, lost die Banshee, das passt schon Ja, ne andere Banshee nehm ich Eine mit mehr, mehr Schmackes Mehr Schmackes Mehr Schmackes G Glenn Elle eröffnet sich mit den Knäller Vielen Dank.